Stalken wir und werfen einen Blick in den Herbst. Wir freuen uns, wenn Sie in Kürze bei uns sind. Bis gleich bei Fashion Day im Lied auf mal. Bei unserer Dame stets das alltagstaugliche und topmodische Outfit im Rampenlicht. Bequem und Wohlfühl, das ist angesagt. Die Blumen und die entsprechenden Pornshops dazu sorgen für den modischen Touch. Unsere Dame trägt eine Besonderheit, nämlich die neue Jeans-Generation Flexibel von Charles Böhm. Die Herren dürfen einem nichts nachstehen. Sie sind sportlich unterwegs mit Pullover, Baumwollhäuser und Bikerlederjacke. Ein absolutes Leichtturmprojekt hier. Die neue Dynamik Flex-Jeans. Auch für die Herren ein absolutes Loben mit einer speziellen Ultra-Fetch-Technologie. Speziell, bequem für unsere Herren. Strapazierfähig, leicht und bequem zu tragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017